Was ist die höchste Note, die du singen kannst? Ich bin jetzt extra mal kurz ins Tappenhaus gegangen, weil die Akkursing einfach geiler ist und wir probieren es jetzt einfach mal aus. Okay, das war der höchste Ton, den ich singen kann, was auch immer das für eine Note ist.